Was geht ab meine Wunschkinder? Heute gibt es passend zu Halloween ein ganz besonderes Format. Wir haben uns zusammengeschmissen und ein Custom Game auf Theme Park und anderen Maps gestartet. Das Format sieht wie folgt aus. Der Angreifer Sledge ist der Mörder und muss 5 Verteidiger auf einer Map suchen. Die Verteidiger haben Zeit sich zu verstecken und dürfen sich nicht wehren. Damit es ein wenig erschwert wird, haben wir die Helligkeit in unserem Spiel runtergeschraubt, damit alles nochmal schön dunkel ist. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was für ein gruseliges und gleichzeitig geiles Gefühl das war. Die Verteidiger müssen anfangs jede volle Minute einmal schießen, um ihre Position zu verraten. Je länger die Runde dauert, muss jeder Verteidiger alle 30 Sekunden schießen. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zugucken, denn wir hatten unglaublich viel Spaß. Oh, ist das dunkel? Holy shit! Das ist voll hell, gau. Da könnt ihr jetzt die Fress halten! Gibst du uns ein bisschen Zeit zum Verstecken? Ich gebe euch Zeit bis 9 Minuten. Ich habe euch gehört. Wer verlangst denn? Juma, er kommt erst um 9. Er kommt erst um 9. Er um 9, du bin ich da, ne, dann bist du im Bett, mein Freund. Nein. 4, 3, 2, 1. Das war auch hier eine Spacke. Ihr dürft nicht weglaufen, wie soll ich euch denn bekommen? Er hat uns vorbeigelaufen. Ich bin abgerauen, digga. Du Bastard! Der guckt in die Cam gerade rein. Wer ist das da? Boah, das ist richtig widerliche Stimmung hier, Alter. Eine halbe Minute, wir müssen wieder schießen. Eine Minute. Fünf, vier, gleich. Och, du Scheiße. Oh, fuck. Oh, ich seh einfach nichts, Alter! Das ist voll gruselig, Alter. Ich komme, ihr Arschlöcher! Das wäre voll schlimm, Alter. Challenge. Oh, fuck. Hätte nicht in die Cam gehen sollen. Ich kann grad nicht schießen. Wieso, ist er mal hier? Ich höre den irgendwo, Alter, den... Wer hat da so geschrien, Alter? Wer war das? Alter, meiner Fucker. Ist jemand tot? Ja. Harte Zeit. Das ist die Geisel. Upsi. Beigelaufen. Ja, bei mir auch. Müssen wir denn nur sitzen, wenn wir uns bewegen? Das Ding ist, man sieht... Ich seh wirklich nichts. Bei mir ist es richtig dumm. Jungs, wir müssen gleich schießen, ne? Oh, wir werden es bei mir in der Nähe. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Was? Die zwei sind jetzt tot, oder? Die werden wieder schießen, ne? Und was? Wann denn? Was? Ich hab den nicht getroffen! Fuck! Nicht der Letzte? Ich kann kein... Nein, ich war der Erste. Oh, shit! Einfach raus! Was für'n Sound, Alter! Das hat sich richtig brutal angehört! Ich bin der Letzte! Ach sooo! Alter, du Assi, ey! Das war ein richtig gutes Versteck, ey! Ich hab einen Up-Null gehabt die ganze Zeit, ich hab ihn gar nicht erwartet! Auf Null! Ich seh was Up-Null vor mir schwingen mit so'n Hammer, was leuchtet, und ich so... AHHHHH! Hey, ey, Nico! Mühst du dich mal kurz! Okay! Ich darf kommen? Ja! Ja, du darfst kommen! Was? Dass ich das mache? Ja! Ja! Warum? Hey! Nicht in Camskin! Einer beobachtet mich! Ja! Irgendwo bewegt sich! Oh my god! Hier seid ihr gespawnt! Jo, wo ist das? Jo, wo ist das? Jo, wo ist das? Sonst geht gleich ein Headshot im Schluss! Nein! AHHHHH! Was ist das? Was war das? Renn weg! Renn um dein Leben! Renn um dein Leben! Okay! Okay! Puh! Das ist voll... Oh my god! Wo ist er denn? Oh! Mein! Gott! Pssch! Hahahaha! 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 Was macht ihr hier? Arschlecher! Heiße! Oh! Hahahaha! 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 Woah we如果 es war dann Liotten, wir müsst ihr gleich schießen, ne? Na, ne? Hahahaha! Alter, du was? Hahahaha! Hahahaha! Du mössst mich! lang machen�ier! Hahahaha! Oh nein.. Alter, er hocken die da alles wie so Kakerlaken wenn man den Stein hochhebt Ich bin alle so rausgelaufen. Oh, mein Herz, Alter. Oh, mein Herz, Alter. Oh, mein Herz, Alter. Oh, wieder geschenkt. Oh, Jungs. Nein. Schießen. Oh, shit, Läger. Du gehörst mir, Jungs. Das ist eine Witz. Nein! Aufblick. Hör mal, bist du jetzt tot, oder nicht? Oh. Oh, shit. Ich hab einfach daneben gehauen. What the? Habt ihr's gehört? Ja, ja. He's coming for my ass, I think. He's coming for your ass. Du hast so kribbeln hinten in real life im Rücken. Du denkst die ganze Zeit so... Echt gruselig, so. Oh, Junge, mein Herz, ey. Du musst schießen. Warum oder so? In der Nähe. Man hört's halt erst, wenn man schießt. Oh, und Nico rennt. Und da rennt er. Hör seine Fizzis. Hör auf zu lachen, das ist voll schwer, Alter. Hör auf zu lachen, das ist voll schwer, Alter. Nein! Hör auf! Lauf! Lauf! Du hast einmal genau in die Ecke gekommen, aber man sieht ja nichts, Alter. Warte, hast du mich gesehen? ARD Text im Auftrag von Funk